Hallo alle zusammen, ich bin Felix Bohnkirch, Schlagzeuger von AdGuy und Abanasia. Herzlich Willkommen zu Tobi's World of Rock and Metal. So, hier ist der Band von Axis und viel Spaß bei Tobi's World of Rock and Metal. Hi, I'm Jamba from the Unity and please check out Tobi's World of Rock and Metal. This is DC Gonzalez and Tom Morrissey of the band Kilco. And you're listening to Tobi's World of Rock and Metal. Spread the code. Hi, I'm Lia von Mystic Prophecy here and check out my line by Tobi's World of Rock and Metal. Check it out. Hey, we're the Fel and you're watching Tobias' World of Rock and Metal. Hi, I'm Lia von Mystic Prophecy and click in to Tobi's World of Rock and Metal. Hi, my name is Dirk Brand. Schlagzeuger bei Axis oder auch bei Subsignal oder vielen anderen Projekten. Ich habe gerade ein Interview mit dem Tobias gemacht. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal auf Tobi's World of Rock and Metal. Drumming Respect. Und dann geht's dir. Hi, it's David Rees of Saint and Sinners. Click on Tobi's World of Rock and Metal. Right now. Hallo, ich bin die Tina. Ich bin der Doni. Und ich sage jetzt nur eins. Wir finden es von Souls of Rock. Bitte check Tobi's World of Rock and Metal. Waaay! Also, von Joy vom Mystic Prophecy. Wir haben auf der wunderbaren Bühne gerade vorher ein extrem gutes Konzert gespielt. Also das Tobi war geil, schon war ganz super. Und der Tobi hat sicher tolle Fotos gemacht. Und deswegen Tobi's World of Rock and Metal unbedingt einschaut. Rock and Roll! Hey Tobi! Oh. Mein Gesicht ist hier oben. Hi, ich bin die Lydia, Backgroundsängerin von Saint and Sinners. Und ich rate euch, klickt mal rein auf Tobi's World of Rock and Metal. Hi! I'm Lucky from Mystic Prophecy. Please click in Tobi's World of Rock and Metal. Please check out Tobi's World of Rock and Metal. Hey guys, hier ist Martin von Soulbinger Mystic Prophecy. Und ihr klickt bitte rein bei Tobi's World of Rock and Metal. Have fun. Klickt rein bei Tobi's World of Rock and Metal. Hallo Leute, ich bin Yassi Hofer und ihr schaut gerade Tobi's World of Rock and Metal. Viel Spaß. Tobi's World of Metal. Klickt rein. Wir sehen uns.